Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Water Golf. Jetzt sind wir hier in diesem versifften, ja, keine Ahnung, was auch immer das darstellen soll. Und wir machen mal weiter. Jetzt bin ich gespannt. Oh, schon wieder Ego. Ego-Perspektive. Das wird mich doch jetzt nicht umfahren. Nein, aber es hätte mich umfahren können. Kopfschluss. Ja, super. Und lass mich raten, das Ganze jetzt in vier Zügen. Nein, 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 nein. Oh, nein. Okay. Perfekt. Und ich dachte schon, das Auto hätte uns jetzt alles versaut. Okay. Wir müssen das Ziel erreichen und dürfen keine Katze verletzen. Oh je. Ah, verdammt. Das hätte ich merken können. Ähm, Level lädt nicht. Jetzt. Das ist ein bisschen komisch mit dem Level. Das scheint ein bisschen buggy zu sein. Okay. Boah, ich denke, da wird ja gerade eine Katze erwischt. Ja, ist ja auch egal. Nein, runtergefallen. Schade. Sehr schade. Nein, 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 nein. Ah. Okay. Müssen wir nochmal neu laden. Schade. 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 Und dann machen wir vielleicht ein bisschen langsamer. Nein. Nein, nein, nein. Nicht umfallen. Ah. Ich dachte, wir können da vielleicht ganz langsam. So. Vollgas da rein. Und jetzt. Zack. Katzenliebhaber. Jawoll. Da bin ich doch stark Fan davon. Ich bin ja auch Seaside Cat. So. Was? Was ist das hier? Ach, da kommen wir nicht rüber. Aber auf der anderen Seite ist eine Drohe. Na gut. Dann halt erst mal hier. Lärte schon wieder nicht? Jetzt halt. Hahaha. Gutes Spiel. Sehr schön. Dann schauen wir nochmal. Ja, er lädt schon wieder nicht. Jetzt halt. Zack. 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 Also, ich muss jetzt immer treffen. Na gut. Geht auch. Geht auch. Geht auch. So. Und die Krone noch. Triff alle Ziele. Na, das scheint jetzt nicht allzu schwer zu sein. Ist aber irgendwie cool. Okay. Scheiße. Ah. Hat aber noch über Umwege getroffen. Perfekt. Guter Schuss. So gut. Dann hier oben. Ähm. Sniper. Scharfschütze. Sehr schön. Gut. Schauen wir nochmal. Mal. 2, 3, 4, 4. Ach du Scheiße. Brauche ich die alle. Ach so. Ja, verarscht mich halt. Wirf Katzen, um uns gewinnen. Und da ist noch eine Katze. Wo ist... Ah, da oben. Haha. Keine steht. Super. Jetzt weiß ich auch nicht. Wo geht's denn da lang? Da geht's hier lang. Gibt's doch noch eine Computermemo. Eines Tages werden wir alle darüber lachen. Na schön, aber da komme ich auch nicht da runter zu der Kiste. Okay. Na gut. Jetzt geht's halt erstmal hier weiter. Und zack. Ja. War jetzt bisher gar nicht so schwer. Wir schaffen es. Jawohl. Schwungpause. Und dann gleich nochmal. Wir haben drei Züge. Ja, das kriegen wir hin. Perfekt. Dann noch das nächste. Trifft die Flagge. Trifft die Flagge. Ich sehe sie zwar nicht. Doch jetzt. Ja, das kriegen wir hin. Herausforderung gewonnen. Ja, heute läuft's ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich da über das Wasser komme. Muss ich da einen Ball reinschießen? Jawohl, Laufbuschel. Das ist doch cool. So, nächstes. Und, 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 und. Trifft, 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 trifft. Jawohl, perfekt. Fünf Bälle einlochen. Na, das ist gar nicht so einfach. Nicht runterfallen. Ja, gut, noch liegen genug da. Scheiße. Gut, einer fehlt noch. Ich entscheide mich für den hier. Auf dem grünen ist er schon mal. Und daneben. Schade. Sehr schade. Jawohl, mehrfach eingelocht. Super Sache. Jetzt werde ich einfach mal hier lang gehen, weil, keine Ahnung, wie wir da übers Wasser kommen. Auf jeden Fall First Person Golf. Ja, 100%. Aber, ich weiß nicht, wie wir die Kiste da noch kriegen. Das, finde ich, ist ein bisschen komisch. Okay, hier irgendwie. Naja, da kommen nur Bananen und sowas raus. Das bringt uns ja alles nichts. Nee, da kommen wir nicht rüber. Schade, da wäre auch nicht Ruhe. Und da gäbe es bestimmt auch noch Volk. Na, egal. Dann geht's hier weiter. Und wir können den nächsten Computer besiegen. Ah, knapp. Okay. Passt. Okay. okay okay muss man aufdrehen stopp 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 okay fast computer zerstört computer 05 und bam und ich würde auch sagen das war es dann mit der heutigen folge da sehen wir schon die ninja turtles das erwartet uns dann in der nächsten folge und dann wünsche ich euch einen wunderschönen morgen mittag oder abend bewertet auch mein video und dann sehen wir uns das nächste mal wieder bis dann ciao